Moin Moin, willkommen zu Teil 2 unseres Samstags-Menüs. Letzte Folge habe ich euch schon den Schweinebraten gezeigt. Und in dieser Folge gibt es dazu eine irre leckere Beilage. Und zwar sind das Sahne-Champignons. Das ist ein Rezept aus einem italienischen Kochbuch, finde ich irre lecker. Und genau, das werde ich jetzt heute noch dazu machen. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. So, hier könnt ihr sehen, was wir brauchen. Also, wir brauchen Pilze und zwar eine ganze Menge davon. Das hier sind jetzt 1 Kilogramm. Eigentlich sind es nur 800 Gramm, die wir brauchen. Aber ein Kilo war günstiger, als wenn ich mir zwei 400 Gramm Packungen gekauft hätte. Von daher habe ich halt einfach ein bisschen mehr genommen. Wir brauchen zwei Eier, eigentlich nur zwei Eigelb. eine Knoblauchziehe, etwas Butter, Sahne, Zitrone. Und in der Dose hier, sieht etwas unscheinbar aus, da ist noch ein Rest von der selbstgemachten Gemüsebrühe drin. So, das ist alles, was wir brauchen. Und was ihr damit anfangen müsst, das zeige ich euch jetzt. Und wie so oft ist gleich der erste Schritt wieder mal die Vorbereitung. Im ersten Schritt werden also jetzt erstmal die Pilze in Scheiben geschnitten. Jetzt kann ich natürlich anfangen, mir so einen Pilz zu nehmen. Ich habe die übrigens schon alle abgerieben. Da habe ich mir ein Küchenpapier genommen und die dann einmal richtig schön hier oben, die ganze Kappe sauber gemacht, hier unten an den Füßen. Und hier einmal den Übergang von dem Fuß zur Kappe. Da sammelt sich auch gerne mal Dreck. Also das alles wegmachen. Und dann schneiden wir die in Scheiben. Das können wir jetzt natürlich so machen, dass wir uns diesen Pilz nehmen und dann auch mit dem kompletten Fuß hier in Scheiben schneiden. Könnt ihr machen. Ich würde es allerdings anders machen. Und zwar könnt ihr euch diesen Pilz nehmen und dann brecht ihr einfach diesen Fuß da raus. Das geht sehr, sehr einfach. So, und jetzt könnt ihr einmal einerseits, das könnt ihr jetzt wahrscheinlich sehen, die Füße halbieren. So, die kommen dann hier in die Schüssel. Und die Kappen könnt ihr dann auch schön von oben in Scheiben schneiden. Das geht wesentlich einfacher und vor allem, es lässt sich auch einfacher braten. Weil sowas hier tendiert dazu in der Pfanne dann gerne mal schief zu stehen, nicht ganz anzubraten und von daher solltet ihr das lieber alles aufteilen. So, das wollte ich nur mal zum Pilzeschneiden sagen. Und gleich geht es weiter. Also, meine Pilze sind geschnitten. Und ich habe außerdem schon die Zitrone ausgepresst. Hier ist sie. Der Saft kommt jetzt hier über die Pilze und das soll dann ein paar Minütchen stehen. Nicht übermäßig lange, das kann die Pilze sehr weich machen. Aber ruhig ein paar Minuten stehen lassen, weil wir wollen ja schließlich, dass das auch da rein zieht. Also, ich werde das gleich nochmal vermischen. Und in der Zeit können wir uns dann schon um etwas anderes kümmern. Und zwar darum, dass wir in der Pfanne den Knoblauch anbraten. Und da werde ich jetzt gleich also ein Stück Butter drin schmelzen. Einer Augenblick. Das hätte ich ja ruhig auch mal vorbereiten können. Tja, so ist das. Mein Schweinebraten ist schon im Ofen und langsam gerate ich hier ein wenig in Hektik. Deswegen müsst ihr das jetzt einfach mal verzeihen. Also, so. Butter wird in der Pfanne hier einmal angeschmolzen. Und darin brate ich dann den Knoblauch an, beziehungsweise dünste ihn an. Der soll ja nicht braun werden. Aber das Ganze bei möglichst niedriger Temperatur wählt die nicht zu hoch. Dafür dann lieber ein bisschen länger. Außerdem brauchen wir ja Zeit für unsere Pilze. Gut. So. Also, das mache ich hier jetzt mal. Ich schwitze den Knoblauch an und dann erzähle ich euch noch was zum Pilzebraten. So, was ich euch noch zu Pilzen erzählen wollte. Pilze bestehen zu sagen und schreiben 90% aus Wasser. Was wiederum bedeutet, dass ich mit meinem 1kg Pilze 900g Wasser gekauft habe. Eigentlich eine Frechheit, dann so viel Geld dafür zu verlangen, aber was soll's. Und Pilze lassen beim Anbraten viel von dieser Flüssigkeit wieder raus. Und das ist eben das große Problem, vor dem wir stehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier alle meine Pilze reinkippe, dann habe ich das Problem, dass die schnell ihre Feuchtigkeit verlieren. Und diese Feuchtigkeit bleibt in der Pfanne. Weil ich gar nicht so viel Wärme da reinbringen kann, dass die Feuchtigkeit schnell verschwindet und ich brate. Also koche ich am Ende meine Pilze eher. Und das ist das große Problem, weil das möchte ich gar nicht. Von daher also schmeißt ihr die Pilze in kleineren Mengen rein, sag ich mal. Also jedes Mal eine Hand oder zwei Handvoll der Pilze da rein und die ordentlich schön durchbraten. Dann aus der Pfanne nehmen und die nächsten Stücke da rein. Und so arbeitet ihr euch jetzt durch eure ganze Pilzmenge. Das kann erfahrungsgemäß durchaus mal eine Viertel bis halbe Stunde dauern. Das ist dann aber so, weil am Ende schmecken die Pilze einfach besser und sind noch ein bisschen saftiger, weil die eben noch nicht so viel verloren haben. Ja, also das werde ich jetzt machen. Ich werde jetzt hier nach und nach meine ganzen Pilze bei möglichst hoher Temperatur, das war jetzt eigentlich ein bisschen zu früh, werde ich die anbraten und danach hole ich euch wieder mit dazu. Meine Pilze sind fertig gebraten. Die habe ich dann rausgenommen und in eine Schüssel gepackt, weil die brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Meine Pfanne habe ich zwischendurch einmal gereinigt, weil ich darin noch den Braten angebraten habe. Und jetzt mache ich eine Mehlschwitze. Also da drin ist etwas Butter, dazu kommt jetzt Mehl. Das ist ein Esslöffel ungefähr und ich brauche jetzt mal so um und bei 20 Gramm Butter werden das sein. Das Ganze wird jetzt schön gemischt und dann lasse ich das alles mal zwei Minuten in der Pfanne vor sich hin schwitzen. Darf also gerne ein bisschen dunkler werden, als sie jetzt derzeit noch ist. Und da hinein kommt dann einerseits die Gemüsebrühe. Das sollen um und bei 150 Milliliter sein und dann kommt das Paket Sahne da rein. Das sind 200 Milliliter und danach dann die Pilze. Und fertig ist das Gericht dann auch schon. Sehr lecker. Haben wir schon öfter mal gegessen. Passt auch super zu braten. Kann man überhaupt nichts falsch machen. Und ihr habt ja gesehen, das ist relativ schnell und einfach gemacht. Also die lasse ich jetzt mal noch eine Minute ziehen, dass sie ein bisschen Farbe kriegt. Und euch werde ich so lange in den Zeitraffer stellen. So, ich denke ihr könnt das gut sehen, dass das jetzt auch wirklich schon ein bisschen Farbe bekommt. Das wird jetzt langsam bräunlicher. Und an der Stelle kippe ich jetzt dazu. Einerseits die Gemüsebrühe. Und vermische das gleich ein bisschen. Und die Sahne, die kommt da jetzt auch noch rein. Das, was ihr hier jetzt als Klumpen seht, das löst sich noch. Manchmal müsst ihr da ein bisschen, ja, ich sag mal nachhelfen. Dann schnappt ihr euch einfach den Pürierstab und püriert diese ganze Soße nochmal. Aber eigentlich, wenn man vernünftig rührt, sollte das auch so weggehen. Okay, und da rein kommen jetzt die Pilze gleich. Und dann wird das Ganze noch abgeschmeckt mit Salz und Pfeffer. Und an der Stelle ist das alles auch schon wieder fertig. Ist euch aufgefallen, dass ich schon wieder die Hälfte vergessen habe? Ich vergesse ja gerne immer mal irgendwas. Die Eigelb habe ich hier noch. Ähm, die sollen dann natürlich jetzt auch mal rein. Also, gesalzen, gepfeffert habe ich das Ganze schon. Ich hatte die Mehlschwitze gemacht und dann eigentlich nur die Pilze dazugegeben. Und da hinein sollen jetzt die Eigelb, die müsst ihr relativ schnell zerrühren, damit die euch nicht gerinnen. Das ist aber gut geworden. So, und das Ganze wird jetzt nochmal ein wenig aufgekocht, damit das Eigelb da drin auch sein Werk verdichten kann. Und dann ist unsere leckere Beilage fertig. Sehr, sehr lecker, wirklich. Und womit könnt ihr da noch irgendwie so einen Farbtupfer reinmachen? Das sieht jetzt ja alles braun und braun aus. Ähm, da ist natürlich dann Petersilie oder irgendein anderes Gewürz oder Kraut für geeignet. Ich werde auch Petersilie nehmen. Das habt ihr ja letztens in der Folge mit dem Schweinebraten schon gesehen, dass das da auch als Marinade diente. Und von daher bietet sich das auch geradezu an, das hier zu verwenden. Gut, also jetzt bin ich wirklich am Ende der Folge und bis zur nächsten. Da sehen wir uns wieder. Also dann, ich habe die Fotos vergessen und von daher machen wir das heute mal anders. Also Fleisch, Champignons, Kroketten, alles stark, sehr lecker. Sehr lecker. Und meine Kamerafrau, lecker. Darf ich jetzt auch mal? Ja, das Haus mit dem Rohmacher. Genau, endlich. Und ich habe schon gegessen. Du hast schon gegessen? Ja, sehr gut. Und was hast du? Selbst Mariam schmeckt es, die sowas sonst gar nicht ist. Oh, dann meine Nichte. So, das soll jetzt aber auch reichen, sonst wird das noch länger als das eigentliche Kochvideo. Also, tschüss, guten Appetit.